Was ist eigentlich ein Vulkan? Hallo, ich bin Marco von Marcos Erklärvideos und ich erkläre es dir. Tief unter uns, im Inneren der Erde, brodelt es. Die Erde ist dort so heiß, dass dort alles Gestein geschmolzen ist. Diese heiße Masse wird Magma genannt. Da dort auch ein sehr hoher Druck vorherrscht, kann es sein, dass stellenweise unsere Erdkruste aufbricht und das Magma an die Oberfläche katapultiert wird. Das Magma wird jetzt Lava genannt und kühlt sich langsam wieder ab. Da sich die Lava so im Laufe der Zeit immer weiter auftürmt, entstehen Berge und diese Berge werden als Vulkane bezeichnet. Man erkennt sie meist daran, dass sie keine Spitze haben, sondern ein großes Loch, den sogenannten Krater. Es gibt Vulkane, die als erloschen gelten, von denen also keine Gefahr mehr ausgeht. Auf der ganzen Erde gibt es jedoch 1500 Vulkane, die noch aktiv sind. Die also jederzeit ausbrechen könnten. Bei einem Vulkanausbruch wird jede Menge, Asche, Gestein, giftige Gase und Lava aus dem Vulkan geschleudert. Doch keine Angst, die Vulkane werden beobachtet und erforscht, so dass Wissenschaftler fast immer rechtzeitig warnen können. In Deutschland gibt es keine aktiven Vulkane mehr, aber viele Berge und Hügel, die von einer vergangenen Aktivität zeugen. Der wohl gefährlichste Vulkan der Welt befindet sich in Afrika, in der Demokratischen Republik Kongo und heißt Mount Newiragongo. Bei einem Vulkanausbruch in Island im Jahr 2010 wurde durch die Asche in der Luft der Flugverkehr in Europa stark beeinträchtigt. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.